Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Wir sind mit der sexy Sakura unterwegs im zerstörten Konoha und wir müssen Lady Tsunade sofort Bericht erstatten. Und das werden wir auch jetzt sofort tun. Auf geht's! Yes man! Wir sind alle, woher! Schaut! Wir müssen die Lady Tsunade so schnell wie wir können und die Dinge unter Kontrolle! Sie ist wirklich gut. Ist das... ... die Kraft des Akatsuki? Es ist Zeit für Sie zu erzählen. Wo ist Naruto Uzunmaki? Huh? Wie soll ich wissen? Selbst wenn ich das, keine Art von dir erzählen würde ich dir. Natürlich. Das ist richtig! Er ist unser Freund. Du kannst nicht deine Freunde ausbauen, selbst wenn es dich tönt. Impressiv. Aber, selbst wenn du jetzt ist, wenn ich die Terror in dir, dein Herz wird. Terror, Schmerz, sie verändern die Leute. Also, du sagst, dass du uns diese Terror enseñst? He, das könnte interessant sein. Shino, Hinata. Das Gegenteil ist ziemlich schwer. Geh gar nicht. Als ob wir würden. Es ist egal, wie viele mich abstraktieren. Du wirst zuerst. Naja, glaub ich zwar weniger Conan, aber, äh, ist ja egal, ne? Ähm, glaub ich zwar weniger, da wir dich ja fertig machen werden, aber mein Gott, ne. He, 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 he. Passt schon. Ist ja nur Conan, also von daher. Conan, Conan, mein Gott, ist ja egal hier. So, sofort Ultimate, Alter. Oder auch nicht. Schade, hat er, hat zu schön geblockt, muss ich schon sagen. Hey. Oh Mann. Das geht jetzt ab. Hau ab. So sieht's mal aus. Hier. Gatsuga. Und weg bist du mal eben. Haha, das war's. Aber das hat jetzt nicht allzu viel abgezogen, muss ich mal feststellen. Und das normale Jutsu mal gar nichts. Dreck. Okay. Boah. Also mit Kiva zu spielen, naja. Ich weiß ja nicht so. Komm. Machen wir einfach mal ein normales Jutsu. Oh. Verzisch dich doch. Okay. Jetzt aber. Bams, 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 bams. Ratzfatz, rums, rums. Aus die Maus mit Gatsuga. Na. Komm. Und alles durchbohrende Zähne. Und nochmal alles durchbohrende Zähne. Ja. Super. Die ja auch so toll geklappt haben jetzt. Oh. Sie geht in, oh, in den erwachen Modus. Nein. Okay. Abhauen. 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 Abhauen, Leute. Oh. Dreck. Komm. Hau ab, Mann. Verschwinde. Oh. Gatsuga. Komm. Geh weg da aus dem erwachen Mann. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Komm. Das dauert nicht mehr lange. Dann haben wir Süft. Jetzt. Ultimate. Und das war dein Ende oder meins halt. Egal. Komm. Einer geht noch. Einer geht noch, Leute. Einer. Ja, Mann. Gatsuga. Hahaha. Genau. So ist die Kraft von Konoha Gakure. Ach, wir sind einfach die geilsten, oder? Sogar Esra. Ach, wir sind die geilsten überhaupt. Hallo. How's that? We win! You did better than I expected. It looks as though this body isn't going to cut it! Das ist verrückt. Hey, hey, warte! Das ganze Zeit wir nur gegen einen Klonnen? Ein Klonnen mit diesem Art von Kraft? Gut, es ist alles gut. Huh? Ich meine, alle Menschen versuchen zu stoppen diese Kampf. Sie kommen zusammen, um das Wiel, damit wir noch nicht verloren haben. Und... und Naruto würde es nicht geben, egal wie schwer es war. Oder wie viel es hat. Also... Heh. Ich weiß, Hinata. Es war nicht eine Möglichkeit. Jetzt, wir machen nur was wir können mit allem, was wir haben. Kiba... Shino... Okay, das ist genug zu sprechen. Los geht's, wir haben noch alles zu machen. Genau. Komm schon, Hinata! Ja. Ja, Naruto, wo bist du? Wo bist du, Mann? Puh. Ich muss nach Lady Tsunade kommen. Okay, Sakura. Das schaffen wir. Überhaupt gar kein Problem. Komm einfach weiter geradeaus. Einfach rennen, einfach weitermachen. Das schaffen wir schon. Wir kommen durch diese Hölle. 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 Wir kommen die Hölle. Wir kommen durch diese Hölle. Frau Kง für diese Hölle. sakura oh good you're all right yes shikamaru is here too i just happen to be around there's been a lot of damage to the village i want two units made up of everyone who can move now one unit will go take out the akatsuki the other will act as a rescue party we'll get control of this situation immediately tell everyone to give their all understood your efforts are commendable but in the end worthless pierced nose and ears and the rinnegan your pain of the akatsuki i see you've already received reports on me that's information jiraiya left us so he didn't die for nothing all right i'll get straight to the point where is naruto uzumaki the nine tales who knows there's no point in protecting the nine tales any longer you must know that even you have no chance of winning against us faced with divine power humans can only run in panic so you do better to obey and submit to us don't underestimate us we will never trust anything you say you who seek to destroy the peace and stability our predecessors obtained now you are arrogant this guy his chakra is incredible is this power of the rinnegan your so-called peace brought violence upon us i cannot say that everything the hidden late village did in the past was correct but i refuse to be a party to your insanity be careful of what you say this is your final warning from a god where is naruto we will hold you back with all we have i have nothing more to say to you you're wrong about one thing i'll tell you that what you desire most you shall never have if you think that the leaf ninja can successfully protect naruto no naruto is stronger than you know we're getting nowhere we're only wasting time in that case we'll force you to talk lady tunare i'm with you me too pain i can't forgive you for what you've done right here right now as the fifth hokage and as his friend i will destroy you oh yeah wir spielen jetzt mit lady tunare allerdings bin ich noch nicht bereit oder doch wir sind ja bei maximaler gesundheit na gut dann sind wir bereit also kann's losgehen lady tunare sakura shikamaru gegen pain oh ich hab angst göttlicher pain am a vergiss es wir machen dich platt und fertig so go hier pass mal auf das ist das jutsu von lady tunare ha 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 so einfach einfach mal weggenatzt tja sorry kumpel oh oh schade also immer klappt das nicht dann müssen wir nahe an ihn ran aber das war cool wie hab ich das denn jetzt geschafft oh 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 man und zack noch mal ey die attacke ist cool so können wir pain ja locker schlagen das ist ja mal gar kein problem okay null problemo komm einfach zu mir okay komm ich halt zu dir oh 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 wie hat er uns denn da bekommen hä okay nice nice pain ähm hast du gut gemacht aber leider trotzdem mein loser fertig ja geh down geh down zack gepackt und einfach mal weggeschnippt ha 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 das ist geil mit mit zunade zu zocken ey das ist echt cool ja einfach auch mal umgebrezelt fertig es ran ab dafür ja as expected of the sanin and i should say of the hokage Schizune! Wenn er? Wenn er... ... Oh! Maut, Roboku. What? Did he just read her mind instantaneously? Apparently, Naruto isn't here. Maut, Roboku. I believe it is the Toad's hidden village. So there's no point in searching here. Why, you... Shuzone! Pain. Before God, no strategy will work. All is meaningless before overwhelming power. You major nations proved that over the years. Ugh. You people... You all think of yourselves as major forces in the world and push death from your thoughts. Peace... Peace... Makes you soft. If you killed, you shall be killed. Hatred connects the two. You're not a bit of a gun. Das ist doch nicht so. In der Krieg, beide Seiten verleten die Todes, die Ingenie und Schmerzen. Wir, die große Nationen, haben uns die Schmerzen der Schmerzen. Wie darfst du mit schmerzen und machen nicht beantworten? Wie so? So, feel pain, contemplate pain, accept pain, no pain. He's still planning something? Those who do not know pain will never understand true peace. Pain! Genau, Pain. Aber was Pain jetzt machen wird, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Ich bin euer Let's Play Gamer und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß an diesem Part. Bis dann, ciao.